. Aus, aber mit der Break-Shorts und das ist das Tor! Jetzt zählt der Treffer, der SZ Bern führt durch einen Short-Hander. Und das Irre ist, wir sind noch immer in der 42. Spielminute. Chervais, in der Mitte ist es. Das ist das 2 zu 0! Yannick Porren! Wenn die Tatze mal befreit ist, dann schlagen sie zu. Und das 3 zu 0! Marc Arcobello! 48. Spielminute. Sein 14. Saisontreffer. Der Randecker abgelenkt und das ist das Tor für die SL Tigers! Ja, nur ein Lächeln übrig! Ja, nur ein Lächeln übrig! Und dann ist das die definitiven Entscheidung! Andrew Ebbets! Und dann ist das die definitiven Entscheidung! J으면 nicht hinzu! Ich bin bis zum nächsten Mal. Ich muss sehen. Wir sehen uns von unserem Ball. Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020